Hallihallo Hallöchen, wir spielen wieder Alice 22, sind auf der Ames Creek und haben uns gerade noch einen IT-Runner besorgt mit einer Mulde und ja wir sind immer noch am Kartoffel ernten und die Mulde sieht noch so speziell aus, sie ist noch so richtig schön verbeult und lädiert, also war auch ein bisschen günstiger und damit wollen wir jetzt noch helfen Kartoffeln abzufahren und ich denke mit dem können wir auch noch einige andere coole Sachen machen können wir natürlich verschiedene Container da drauf montieren so wir haben den 8R heute mal aus dem Stall geholt und werden mit dem hier die Leute bei der Kartoffel ernte unterstützen so so wir machen das mal so und ja wir sehen ja wir haben hier schon einige Fahrzeuge zu stehen und Kartoffeln haben wir auch schon ausgebuddelt und der Dings ist auch schon voll so wir werden mal gucken wo können wir eigentlich die Kartoffeln Kartoffeln hier momentan fast food restaurant bester monat ja aber jetzt das ist das was ich im lager habe würde 15.000 bringen und wir schauen noch mal hier es ist schon das fast food restaurant also die app hier funktioniert schon zeigt uns immer an wo der beste preis ist also müssen wir nicht mehr vergleichen sehen wir direkt beste ist beim fast food restaurant dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auf der anderen Seite steht gar keiner, weil da habe ich eher wahrscheinlich das Problem. So, ich würde sagen, wir machen den nämlich jetzt leer, dann können wir den anderen schon nämlich zum Fastfood-Restaurant schicken. So, ich würde sagen, wir machen den anderen Schicken. Äh, dann gucken wir mal. Ich dachte, das wäre da oben gewesen. Wieso zeigt es denn das nicht an? Oder es ist, es ist da, okay. Äh, wir können eigentlich den mal da hinschicken. Funktioniert sehr gut. Dann machen wir es selber, ist ja gar nicht so weit weg. So, ich hatte das nicht angebaut. Ich muss mal gucken, ob das so geht hier. Ich glaube, ich muss nämlich da hin. Geht ein bisschen länger, aber es kommt auf jeden Fall Kohle rein und dann kann ich nämlich hier nochmal so eine Mulde holen. Vielleicht sollte ich mir noch so eine Mulde holen. Wo ist sie denn? Da ist eine kleine und da ist eine große. Sieht nicht viel anders aus. So, kaufen. Jawohl, okay. So, dann haben wir eine Mulde mehr und können die Sender einsetzen. So. 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 Ich würde sagen, ein paar Kartoffeln verkaufen wir noch. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, na toll, jetzt komme ich nicht mal vorbei. So, na toll, jetzt komme ich mal vorbei. So, na toll, jetzt komme ich mal vorbei. So, na toll, jetzt komme ich mal vorbei. So, jetzt ist der schon fast voll. So, jetzt komme ich mal vorbei. So, jetzt ist der New Holland. Und dann können wir nachher was in die Mulde machen und dann können wir noch die neue Mulde holen. So, jetzt bin ich mal vorbei. So, jetzt bin ich mal vorbei. So, jetzt bin ich mal vorbei. So, wenn der jetzt anfährt, hat er mächtig zu tun. Wir versuchen den mal dahin zu schicken. So, jetzt bin ich mal vorbei. So, jetzt bin ich mal vorbei. So, jetzt bin ich mal vorbei. So, da kommt nämlich ganz schön was zusammen hier. So, da kommt nämlich ganz schön was zusammen hier. Cool, das gefällt mir. Jetzt hätte ich gern noch die andere Mulde. Okay. 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 Wir haben ein Verkehrschaos verursacht. So, dann lassen wir den da abkippen. Da gibt es nochmal Kohle und wir fahren mit dem IT-Runner zum Händler. Und holen dann noch die Mulde. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt machen wir noch eins Jetzt machen wir noch eins So, jetzt sind wir da schon ordentliche Technik wieder am Start hier Sehr schön Er kommt hinterher So, jetzt machen wir noch eins So, jetzt machen wir noch eins So, lassen wir den einen da stehen Und den stellen wir rüber auf die andere Seite So, mit Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen Macht's gut, bis zum nächsten Mal Ciao, ciao